Oh mein Gott, Heiliger, Löwen tun sowas nicht, Löwen hatten noch nie so eine Höhle, die tun das aus reinem Vergnügen. Es sind keine Löwen, sie sind der Geist und die Dunkelheit. Es ist ein Wettrennen, Colonel, und der Preis ist der afrikanische Kontinent. Wir bauen die künste und teuerste Eisenbahnstrecke in der Geschichte, aus dem glorreichen Grund Afrika vor den Afrikanern zu bewahren und um die Sklavereien zu beenden. Wie viele haben sie wohl getötet? Hundert, vielleicht auch mehr. Soll die Welt vielleicht denken, dass die Erbauer des britischen Empire Angst haben wegen geringfügiger Schwierigkeiten mit der einheimischen Tierwelt? Sind sie sicher, dass das ein Löwe war? Jetzt brauchen wir Remington, wir haben doch von ihm gehört. Wir können los! Haben sie Probleme damit? Eigentlich nicht. Wir nehmen sie uns vor. Geht ihn aus! Der Teufel ist nach Xano gekommen. Ich bin der Teufel. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Wir sind ein recht lustiger Vorwärter, wenn man sie erst mal kennt. Das macht Ihnen keinen Spaß zu töten, oder? Wieso tun Sie es dann? Weil ich es gut kann. Er schießt ihn! Michael Douglas Bell Kilmer Der Geist und die Dunkelheit Und, beherrschen Sie Ihre Angst? Schaffen Sie das? Weißt- Ich bin der Mann увеличischer